Wenn es einen modischen Laden gibt, den ich wirklich lange unterschätzt habe, dann ist es Only. Ich komme aus Flensburg und bin letztens rumgelaufen und ich dachte, ich gehe einfach mal bei Only rein und gucke. Bitte schaut euch mal an, was die für wunderschöne, heftige Sachen haben. Ich habe Größe 42, 44 und habe mir dort 44 und XXL oder XL geholt, je nachdem. Die haben so stylische Puppen, alleine die Puppen zeigen so tolle Outfit-Ideen. Ich war wirklich überrascht und habe lange keinen Laden gesehen, wo ich so tolle Outfit-Ideen gefunden habe, wie hier an den Puppen. Ich war danach auch erstmal dort shoppen. Dazu habe ich dann auch ein YouTube-Video gedreht, weil ich, guckt euch das mal an, also ich habe so viele Puppen gesehen, wo ich einfach dachte, wow, das Outfit ist perfekt, das ist für viele tragbar. Also falls ihr ein Only in der Nähe habt, schaut gerne vorbei und folgt mir gern für mehr.